Ah, yes, es ist zur richtigen Insel gekommen. Nice. Warte, du gehst da hin? Ich habe Stahl. Ich habe Stahl. Ich kann das einfach bauen. Das ist jetzt aber meins, oder? Nee. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich habe ein richtiges Hochgefühl. Endlich Alkohol. So, herzlich willkommen auf dem Ubisoft Deutschland Channel. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute wieder Anno ein bisschen weiter. Und mein Ziel ist es ja, endlich die Luftschiffe in Betrieb zu nehmen. Aber das gestaltet sich schwieriger als gedacht, weil immer wieder neue Probleme auftreten. Meine Dorfbewohner zünden das Dorf an. Es brennt! Fuck! Scheiße! Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oder fang Streit mit irgendwelchen Piraten an und dann muss ich mich immer um andere Sachen kümmern, um die ich mich gar nicht kümmern möchte, sondern ich möchte Luftschiffe haben. Ich möchte jetzt erst mal das mit dem Postdienst machen. Postamt, was brauche ich dafür? 15 Kohle bekomme ich aber von meiner anderen Insel. Nur, äh, Bauxit... Bauxit? Bauxit Mine? Ich weiß gar nicht, was das ist. Eine Bauxit Mine. Kann in der neuen Welt angebaut werden. Ah, okay. In der neuen Welt, aber nicht auf der Insel. Dann brauche ich... Oh, muss ich echt noch eine Insel einnehmen? So! Wir haben eine neue Insel. Du bist gerade dem großen Willi in die Quere gekommen. Manchmal braucht man einen Plan B. Aber die ist ganz cool drauf. Die findet mich super. Manchmal muss man einfach an anderen Leuten eine Lanze brechen. Also ihre Einstellung, ähm, die ist auf jeden Fall gut. So, dann einmal hier... Ich baue einfach mal hier so einen Weg straight durch. Dann brauche ich natürlich einen Marktplatz, bevor alle wieder sterben. Wie das letzte Mal. Das war nicht so gut. Boah, ich hätte so Bock auf gebackene Bananen. Dieses Bild sieht so köstlich aus. Ich habe hier Zuckerrohr. Oh! Ich kann rummachen. Ich kann endlich rummachen, Leute. Endlich Alkohol. So, ich mache jetzt erstmal fleißige Arbeiter. Ach, und dafür brauche ich jetzt Ziegelstelle. Das ist halt echt... Das hängt alles miteinander zusammen. Lehmgrube. Habe ich hier eine Lehmgrube? Nein. So, ich brauche auf jeden Fall Ziegelsteine. Koordinaten gesetzt. Und wie kriege ich den jetzt in die neue Welt? Aha, yes, es ist zur richtigen Insel gekommen. Nice. Warte. Wo gehst du hin? Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen. Ah, ein Schiff. Das ist jetzt aber meins, oder? Nee. Wait, wo ist mein Schiff? Ja gut, ich habe keine Ahnung, wo mein Schiff ist. Habe ich wohl verloren. Und wieso heißt das... Wo ist... Was ist denn das für ein Schiff? Pinguin, das hat Holz, Stahlträger und Fisch. Und das ist das einzige Schiff? Verhandelsgute... Wo sind meine Schiffe? Ich schicke jetzt nochmal ein Schiff los. Dann packe ich da jetzt meine letzten Ziegel rein, die ich habe. Und schicke es... Ich würde es halt gerne einfach nur in die neue Welt schicken. Im Schiff befehlen, zu dieser Insel zu fahren. Im Schiff befehlen, zu dieser Insel zu fahren. Im Schiff befehlen, zu dieser Insel zu fahren. Oder ist das jetzt das zweite gewesen? Jetzt bin ich mir so unsicher. Naja, es ist auf jeden Fall da. Ah ja, ich baue hier jetzt erstmal... Hier, das hier. Wo baue ich das denn am besten hin? Nice! Hier, Kohle. Okay. Ich habe Kohle. Bedeutet... Ja! Wir fangen an mit dem Aluminium. Und dann noch eine Küche. Die haue ich mal hier hin. Eine Krankheit ist ausgeboten. Nein! Was mache ich denn bei einer Krankheit? Oh, nicht auf der Insel. Die Insel ist so wichtig. Fuck. Ich mache hier mal eine Kapelle hin. Dann können die vielleicht ein bisschen beten. Äh... Hospital! Okay, kommt schon. Boah, wie das qualmt aus deren Häusern. Leute, reißt euch zusammen. Ihr könnt euch nicht erlauben, krank zu werden. Ich habe keine... Also... Ich bezahle auch nur für gearbeitete Stunden. Wer bei Krankheit ausfällt, der bekommt weniger Gehalt. Und Krankengeld gibt es hier auch nicht. Also... Ich kann schnell wieder gesund werden. So, 33 Stück. Ah, perfekt. Ich kann... Ein Post anbauen. Yay! Endlich! Das ist das, worauf ich... die ganze Zeit hingearbeitet habe. Nice! Ein hübsches Gebäude, nicht wahr? So. Und es ist die Freude, die es bereitet, wenn von hier aus Briefe in die ganze Welt gehen. Bauen sie Luftschiff-Hangar-Fornament. 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 Oh, ich habe alles, um das zu bauen. Oh mein Gott! Ist das... ein Glück. So, dann bauen wir das doch mal hier hin. Wenn der Hangar erst fertig ist... Ach, das wird ein Anblick. Ach so. Ah, ich brauche Mitarbeiter dafür. Oh Gott! Ich brauche ja voll viele! Okay, okay, okay. Bereit zur Vollendung. Phase abschließen. Phase 3. Oh, da habe ich schon wieder nicht genug. Und Arbeiter... Doch, Arbeiter schon. Nur Ziegelsteine nicht. Hast du eigentlich die Kontrolle über die beiden Gewächse, Pflanzen im Hintergrund verloren? Oder gehören die so? Schau mal hier! Oh, das war ein bisschen knusprig. Man kann hier eindeutig... Oh! Zwei intakte Blätter erkennen. Das ist... Die Pflanzen machen eine Phase durch. Da sind auf jeden Fall zwei intakte Blätter. Das möchte ich, dass das so festgehalten wird. Ihnen geht super. So. Nächste Phase. Phase abschließen. Phase 4. Okay. Die Teile brauche ich auf jeden Fall mehr. Ähm... Segel. Okay, Segel. Segel, Segel. Arbeiter habe ich auch nicht genug. Baumwollfruchtbarkeit. Perfekt. Baumwollweberei. Vielleicht mache ich da auch gleich zwei hin. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh no! Hoffentlich ist da... Hoffentlich kriegen die das hin. Ich habe nämlich keine Zeit für die gerade. Mein Feuer ist ausgebrochen. Oh no! Wo ist denn das? Mist. Okay, die werden das schon die Regel kriegen. Die Flammen wurden gelöscht. Perfekt. Dann nehme ich da gleich die Segel mit. So. Rein da. Und dann hier hinfahren. Arbeiter. Upgraden. Upgraden. Bevor die wieder unzufrieden werden und ich es nicht mehr machen kann. So, dann... Packen wir das doch alles hier rein. Dann sollte diese Mine, fehlende Waren, ja, nicht mehr lange. Weil wenn ich jetzt hier draufklicke, dann habe ich ja Kohle. Ja. Und dann wird hier gearbeitet. Ja, perfekt. Keine fehlenden Waren mehr. Das bedeutet, hier wird gearbeitet. So, aber bevor ich hier noch irgendwas baue, möchte ich hier das machen. Ich fange jetzt schon mal an mit der Phase, weil... Ich habe keine Segel? Nein, das stimmt doch so nicht. Wieso habe ich keine Segel? Ah, ich habe Segel. Ich dachte schon. Doch hast du, die müssen uns nur holen. Okay. Gut. Ich habe gerade einen Schock bekommen. Ich dachte, irgendjemand hat meine Segel weggenommen. Ich werde einfach professioneller Zoe Anno-Coach. Meine Karriere wird steig gehen. Ich liebe das. Ich liebe das, dass hier jedes Mal, wenn ich Anno spiele, dass hier so viele coole neue Leute reinkommen auch. Und beziehungsweise, ich meine nicht nur neue Leute, Erik, du bist jetzt nicht neu mit dabei, aber generell kommen hier immer so viele coole neue Leute mit rein, die absolute Anno-Experten sind und mir so krass helfen und mich so an dieses Spiel ranführen. Ich liebe das. Wir haben es geschafft. Yes. Okay. Was ist der nächste Schritt? Ein Schiff bauen. Ah, ich habe nichts, um ein Schiff zu bauen. Helium brauche ich. Ich brauche mehr von diesen Teilen, die hergestellt werden müssen. Wie viele, wo ist ein Lager, damit ich nachschauen kann. Lager. Wie viel Kohle habe ich noch? Oh, ich habe noch genug Kohle, damit die das herstellen können. Segel müsste ich. Ich habe null Segel. Okay, die müsste ich mir von woanders holen. Helium. Hier. Helium Anschluss. Ich habe einen Helium Anschluss. Wo ist der? Welcher von denen ist das? Ist das ein Goldverkommen? Helium Anschluss. So, Mine bauen. Was brauche ich für die Mine? Ich brauche 25 von denen. Okay, da müssen die jetzt hergestellt werden. Ich habe 21. Gut, dann warte ich da jetzt erstmal. Hier. Hier hatte ich doch Segel, oder nicht? Oder waren die in der anderen Welt? Segel. Oh ja. Perfekt. Ähm, Schiff. Krass, ey. Was man hier alles beachten muss. Ist ja heftig. So, dann nehme ich dich jetzt aber. Und bringe dich hier hin. Habe ich hier Ziegel? Gerade? Ja, hier habe ich Ziegel. Habe ich hier Lehm vorkommen? Mache ich das hier? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse auch Lehm hier ab und liefern. Ja, es kommt alles aus der alten Welt. Helium vorkommen? Yes. Mine gebaut? Yes. Okay. Dann. Verbinde ich das doch mal. Hier mit. Schmiermittel. Wo bekomme ich denn jetzt Schmiermittel her? Du brauchst Ingenieure um Helium. Wie kriege ich denn Ingenieure? Wait. Ach so, nein. Alte Welt. Muss ich dann Handwerker zu Ingenieuren machen? Oder? Aber dann muss ich die ja erst. Oh mein Gott, was ist denn passiert? Was machen die hier? Wie Skandal. Oh, die sind ja richtig unzufrieden. Also ich muss das jetzt alles machen, damit die zufrieden sind. Damit ich die upgraden kann. Aber was mache ich dann mit den Ingenieuren? Wie bringe ich die denn dann in die neue Welt? Kann ich das machen? Ah. Okay. Fischölfabrik. Salpeterwerk. Kann der alten Welt gebaut werden. Das macht dann Ölpresse. Und dann das. Okay, 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 okay. Salpeterwerk. Dann brauche ich das in der alten Welt. Okay. Dann gucke ich mir jetzt das mal an. So, die brauchen Fleischkonserven. Handwerker. Fleischkonserven. Dazu brauchen sie Rind, Paprika. Eisenmine. Eisenmine habe ich hier. Perfekt. Okay, dann mache ich jetzt erst mal eine Rindproduktion. Auf dieser Insel zwei. Auf dieser Insel zwei. Auf dieser Insel eine. Wait. Ich habe schon eine. Ich habe das alles schon. Auf dieser Insel eine. Habe ich nur eine? Ist die schon bebaut? Ah ja. Ist es dann im Lager? Ah ja. Okay, gut. Da brauche ich nichts mehr bauen. So, dann klatsche ich die mal. Hier hin. Und die soll dann hier hin. Fleischkonserven. Nice. Nähmaschine. Nähmaschine. Kohlemine. Habe ich hier eine Kohlemine? Nee. Ich muss hier Kohle. Ich muss Kohle herbringen. Eisen habe ich genug. Dann kann ich so einen Hochofen machen. Dann mache ich den Hofofen. Nein. Hochofen. Hochofen. So. Wait. Habe ich das schon? Ist das hier ein Hochofen? Oh, das ist ein Hochofen. Ich habe Stahl. Ich habe Stahl. Ich habe... Ich kann das einfach bauen. Ich kann das halt einfach bauen, ohne dass ich was brauche dafür. Oh mein Gott. Das ist so cool. Das ist gerade ein richtiges Hochgefühl. Das macht super viel Spaß. Das Spiel macht komplett süchtig auch, weil man so viel machen kann. Aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, dass ich die Flugschiffe benutzen kann. Aber es kommt immer wieder was Neues. Kein Zeppelin. Kein Zeppelin für mich. Zumindest nicht heute. Irgendwann bestimmt, aber nicht heute. So, ihr Lieben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Stream auch mit dabei seid. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.